Hallo und herzlich willkommen! Ich bin euer Hatzl und ich möchte euch einladen teilzuhaben bei meiner Sondersendung meine persönliche und private Briefmarkensammlung. Ja, ihr hört richtig, ich zeige euch meine Briefmarkensammlung, die ich im Jahre 1990 am, ich glaube es war am 3. Mai oder am 4. Mai, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber es war ein für mich schöner Tag, denn meine Briefmarkensammlung ist seitdem gewachsen. Mir sind, oder ich persönlich, habe seitdem 15 Alpen gesammelt und die möchte ich euch einfach näher bringen. Ich denke, unter euch ist auch der ein oder andere Briefmarkenliebhaber und deswegen fange ich doch einfach mal an mit Briefmarke Nummer 1 und die werde ich hier... Ähm, ähm, Entschuldigung, Telefon, ich gehe da mal kurz dran, ne? Ja, hallo? Ähm, ja, ich bin gerade im Aufnehmen bei meiner Briefmarkensammlung. Ne, äh, was? Quatsch. Bist du dir sicher? Ne, okay, Entschuldigung, du bist dir sicher, weil du kannst ja leben. Ja, ist klar. 100 Abonnenten. Äh, okay. Also jetzt mehr als 100 schon. Okay, ähm, dann lasse ich die Briefmarkensammlung jetzt sein und mache da jetzt so eine Sondersendung, also so ein Special draus. Scheiße, ich muss ein Special aufnehmen. Was mache ich denn so überhaupt? Achso, das ist mein Problem. Ja, cool. Ähm, ja gut, dann, ähm, gehabt dich wohl, bis später dann und wir hören uns, ne? Ja, ciao. Ähm, ja gut, ähm, ausgebenen Anlass müssen wir leider diese Sondersendung unterbrechen, Briefmarkensammlung mit Hatzl und von Hatzl, äh, werde ich ein späteres Mal wieder auferlegen, aber jetzt müssen wir leider umschalten auf die Special-Sendung, denn ich, der Hatzl, hat mittlerweile über 100 Abonnenten. Ähm, und das ist eine verdammt geile Zahl, denn mit dieser Zahl habe ich nie gerechnet und ich hätte mir das auch nie erhofft oder erwartet. Ähm, ich bin einfach überglücklich, dass über 100 Leute mein Gewabbel anhören und sich da wirklich, ähm, teilweise in Ast lachen und zu meinen größten Fans gehören meine Eltern. Also hier mal einen schönen Gruß an meine Eltern. Ähm, hallo Mama, hallo Papa, ihr habt hier einen ganz tollen Sohn rausgezogen, würde ich mal fast behaupten. Und, ähm, ja, ich glaube, das Reden habe ich von meiner Mutter und das Kluge von meinem Vater oder andersrum. Ich glaube auch andersrum. Oder es ist eine gute Mischung aus allen beiden. Ähm, ja, ich wurde in letzter Zeit sehr oft gefragt, ja, äh, wie weit soll das überhaupt noch gehen? Äh, du hast jetzt 100 Abonnenten, möchtest du die 1000 ankratzen? Und da sage ich mir immer wieder selbst, ähm, wenn es geschieht, dann ist es so, dann ist es gut, aber in erster Linie mache ich es erstmal für mich, dass ich Spaß dran habe. Und, äh, wenn der der ein oder andere sich dann mal verklickt hat, äh, zum Abonnieren, dann sage ich hallo und herzlich willkommen nochmal für dich, du Abonnent, der mich dann abonniert hat. Abonnenten abonnieren, ja genau. Und, ähm, 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 am Anfang habe ich mir gedacht, gut, ihr habt euch verklickt. Ihr wollt bestimmt hier so einen wie der Chimpanse oder Commander Krieger oder hier die Pizmi-Truppe. Aber ich glaube, ihr wollt doch mich, ja. Das ist aber herzallerliebst und, ähm, deswegen hier ein kleines Special. Ähm, der ein oder andere wird denken, ja, der wird es genauso machen wie die anderen auch und er wird ein Spiel und so und quasi, äh, Gewinnspiel und hier und da und tralala. Ja, mach ich. Also, passt auf. Auch wenn ich noch ziemlich am Anfang bin, ähm, ihr müsst oder ihr, ihr sollt meine Freude teilen. Und deswegen, ähm, habe ich eine kleine Überraschung für euch und zwar, ähm, ich werde ein kleines Spiel, ich habe da so ein paar, ähm, hier, die nicht mehr gespielt werden von mir oder wo ich mir mal zugelegt habe, aber ich komme einfach nicht dazu, weil ich habe so viele Spiele. Ich bin sowas von overpowered, ähm, deswegen würde ich gerne ein Spiel davon euch schenken. Ähm, wichtig wäre es eventuell, ich denke, ja, über Steam wäre es mir ganz lieb, wenn ich es über Steam verschicken kann, denn, äh, da kann ich so ein kleines Geschenk draus machen. Ähm, oder wenn es überhaupt nicht geht, per E-Mail oder per Schieß mich tot. Also, es gibt bestimmt genug, ähm, Möglichkeiten, ähm, dir, äh, du Gewinner, also es gibt nur einen Gewinner leider diesmal, aber gut, ich bin jetzt bei 100 Abonnenten. Wenn ich nur bei so 5 Millionen Abonnenten bin, dann, dann knallt's richtig, dann, hoho, äh, ne, hier quasi, ähm, mitten in die Fresse und so, ne? Nein, also, passt auf, ähm, ihr müsst nur eins machen. Das ist ganz pipi, also ganz einfach. Das könnt ihr ein Vorschulkind machen, passt auf. Ihr schreibt in die Kommentare, lieber Hatzl, ich möchte gewinnen. Der Satz, der Satz muss da kommen. Hatzl, ich möchte gewinnen. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr noch so ein ganz kleines Feedback geben oder irgendwie was Lustiges hinten dran schreiben oder, ja, irgendeine Anekdote von euch oder, oder, oder. Lasst euch was einfallen. Ähm, das ist aber kein Muss. Also, wer es schreibt, ist es verdammt fantastisch, verdammt fantastisch. Aber wenn nicht, ist es auch okay. Also, das Wichtigste ist nur, ihr müsst einen Satz schreiben, jo, ich will gewinnen. Also nicht auf berlinerisch, sondern hier auf hochdeutsch. Ja, Hatzl, ich möchte gern gewinnen. Also, ich guck dann schon drauf, dass es so passt. Und dann, wenn die erste, ich sag jetzt mal, die ersten 1.1.000.000 Sendungen, ähm, krieg ich bestimmt zusammen, dann wird ein Lostopf gemacht. Nein, Quatsch. Also, ähm, ich denke mal, ich lasse es so ein, zwei Wochen laufen und guck mal so, wie es ankommt. Und, ähm, wenn ihr so lieb seid, wenn ihr das Video teilt und es noch andere mit dazukommen, ja, ist die Gewinnchance zwar geringer, aber, ähm, ich sag mal so, es ist nur fair, wenn man auch ein paar mehr dabei hat. Als immer nur, ich selben, ne? Ich sag ja nur, nix dazu, ne? Nein. Also, wie gesagt, es würde mich tierisch freuen, wenn ihr dieses Video liked, teilt und alles Mögliche, ihr wisst ja, wie es geht. Ich brauche euch ja nicht zu sagen mit, äh, hier, abonniert mich und blablabla, sondern ihr kennt ja, YouTube, äh, was macht man da? Da guckt man sich Videos an, wenn es einem gefällt, liked man es. Wenn einem der, der YouTuber gefällt, dann abonniert man ihn und so und so weiter. Ich meine, es hat doch jeder von uns schon mal gemacht. Und deswegen, verdammt geile Sache, über 100 Abonnenten, dafür nochmal ein riesengroßes, boah, Dankeschön und ein kleiner Applaus. Und, ähm, ihr Abonnenten da draußen, die mich noch nicht abonniert haben, es wird langsam Zeit. Denn je größer mein Kanal wird, desto mehr Spiele gibt's. Naja, gut, okay, das ist ein bisschen übertrieben gesagt. Nein, also ich mach meine Bubble-Stunde weiter. Ich mach Let's Bubblen und Datteln weiter. Also da werde ich irgendwo mit ein paar Freunden zusammen, ähm, ein kleines Gameplay aufnehmen, ein bisschen rotziger drüber reden. Und, ähm, ja, ein bisschen Spaß dabei haben. Wir sind keine Overskiller, also ich zumindest bin kein Overskiller, der sagt, boah, ich hab eine KD bei Battlefield zum Beispiel von 1170 zu 0 oder, äh, keine Ahnung, äh, nee, 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 das, also bei mir ist vieles Glückssache und, ähm, so soll's auch weiterhin sein. Ich möchte Spaß dabei haben. Ich möchte einfach ein bisschen was zeigen, was Lustiges ist. Und lustiges ist, ich hab totalen Sprachfehler heute. Aber das liegt ja auch ein bisschen daran, dass ich einfach ein bisschen sprachlos bin. Ja, ähm, wollt ihr mich mal sprachlos erleben? Passt auf, jetzt. Okay, ich kann's nicht länger aushalten. Es ist für mich wie, äh, Luft anhalten. Also ich mein, ich kann zwar länger die Luft anhalten, aber reden ist für mich die Natur. Und, äh, genauso wie das, äh, Atmen zum Leben, benutze ich halt mein, mein Mundwerk dafür. Und ich kann halt einfach so gut babbeln, dass, ähm, ja, meine Mutter sagt immer, Sohn, red nicht so viel, äh, atme zwischendrin auch mal. Und, äh, das mach ich auch mittlerweile. Früher hab ich sehr viel geredet. Und, ähm, als kleines Bonus nochmal obendrauf. Also das Gewinnspiel, oder, ja, das, äh, das Spiel, wo ihr gewinnen könnt, deswegen auch ein Gewinnspiel, versteht ihr das? Egal. Ähm, 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 das besteht. Und, ähm, aber ich hab so ein kleines Goodie für euch. Denn es ist mir zwar oberst peinlich und es wird auch grauenhaft schlecht, aber ich hab hier mein allererstes YouTube-Video. Ähm, kurz zur Geschichte. Der Pietz, äh, der Pietz, der Pietz, der Pietz-Miet, ähm, Peter, der hat, äh, mal vor einiger Zeit aufgerufen für seinen Minecraft-Server. Wer möchte mitmachen, der macht ein Bewerbungs-Video. So. Ja, dazu hat sie gedacht, jo, mach ich mit. Und, ähm, ja, entstanden ist so circa, ich weiß gar nicht, ein 30-Sekunden-Video. Weil ich hab damals nur das kostenlose Flaps gehabt, wo ich einfach so runtergeladen hab und da konnte nur 30 Sekunden aufnehmen. Ähm, meine Stimme war total angestrengt und keine Ahnung was. Also es war, für mich persönlich ist es echt peinlich, aber bei so einer 100er-Special-Sendung kann man sowas ja mal bringen. Und, ähm, ja, das folgt dann, ähm, jetzt. Viel Spaß! Ja, hallo Piet, hier ist der Hatzl666. Ich würde mich gern freuen, wenn wir zusammen auf einer Community-Server spielen könnten, zocken könnten, bauen können, erfinden können und, und, und. Ähm, mein Bruder hat es schon gepackt. Hatzl123. Freue mich für ihn. Er ist auch schon kräftig am Bauen. Und, wie schon gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn ich ihn auch mitmachen dürfte, da wir dann zusammen als Geschwister, als Brüder zusammen dann bauen könnten. Danke, ciao! Ja, was hab ich gesagt? Es wird peinlich, aber es ist mir egal. Es ist halt, was ich mit YouTube angefangen hab. Ähm, es macht mir tierisch viel Spaß und ich möchte ganz viele grüßen, aber dazu komm ich nicht. Ich glaube, wenn, schreibe ich sie irgendwo mal selber an oder sowas, weil ich hab auch ein kleines, äh, ja, Dankeschön-Video bekommen. Das fand ich sowas von affengeil. Ähm, das hat der Dr. Saftladen, der gute Charlie, ähm, zusammen mit ein paar bekannten YouTubern gemacht. Das fand ich sehr geil. Und, ähm, das verlinke ich dann natürlich unten auch nochmal. Bitte, bitte, bitte geht zum Dr. Saftladen auf seinen Kanal. Sagt ihm einen schönen Gruß von mir, dem Charlie. Und er hat auch noch ein kleines Community-Buch, was ich auch sehr geil finde. Ähm, da können sich YouTuber, wenn sie was machen, verewigen. Das bedeutet, er hat ein paar Fragen an euch und die Fragen gerade mal ein bisschen beantworten. Geines kleines Gambler hintendran, hab ich auch mitgemacht. Könnt mich auch mal kurz anwählen, dass ihr mal seht, wie sowas funktioniert eventuell, wenn ihr selber noch nicht könnt. Aber, ähm, da kommt es nicht drauf an, wie viele, äh, ja, Abonnenten ihr habt, sondern es kommt nur drauf an, dass ihr YouTuber seid, einen aktiven Kanal habt. Und dann könnt ihr euch ein bisschen vorstellen. Und, ähm, dieses Community-Buch finde ich sehr geil. Denn, ähm, wie viele es wissen, mein, äh, Leitspruch ist, wir sind Community. Ja, das, äh, klingt so ein bisschen wie, wir sind Deutschland, wir sind Papst. Aber, ja, es ist nur Ähnlichkeiten. Ich sag, wir sind, äh, Community und die YouTube-Community, ähm, wächst auch immer wieder stetig an. Das finde ich auch sehr gut. Ach, ich könnte immer noch so weiterreden, aber irgendwann muss man auch mal zum Punkt kommen. Und, ähm, das 100er-Special soll einfach mal so ein kleines Dankeschön an euch sein. Ein kleinen Einblick hinter die Kulissen, ähm, ja, so einen, ähm, so einen Rundgang werde ich irgendwann mal vielleicht mal machen. Aber ich glaube, nee, hier steht nur ein PC rum, äh, ein Bücherregal. Dann hinter mir, ne, also wie ihr seht, ne, Quatsch, wie ihr nicht seht, ist mein Spieleregal. Da sind ganz viele Spiele drin, aber die gehören mir, denn ich bin Jäger und Sammler. Und die Spiele, die schon, äh, oder das Spiel, was ich hier verschenke, ist einfach mal ein Spiel, das ich schon habe. Das wurde mir halt doppelt geschickt. Aber egal, es ist für euch, es ist für dich, derjenige, der es gewinnt, ähm, und da würde es mich tierisch freuen, wenn derjenige das auch spielt, 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 bis zur, zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und, ja, also, ähm, ich sag nochmal, vielen, vielen Dank, dass ihr mich abonniert habt. Und, äh, es macht mir saumäßig viel Freude, wenn ein bisschen Feedback unter diesem Video, unter den anderen Videos, wo ich mach, und natürlich bei meinen Kollegen auf deren Kanälen einfach mal vorbeischauen, einen kleinen Daumen nach oben dalassen, ein kleines Feedback, ein kleines Kommentar mit, yo, wegen Hatzel bin ich bei dir gelandet und ich finde dich klasse. Also, es müssten euch selber kommen. Ich möchte jetzt keiner zu zwingen, aber das ist für mich ganz wichtig, dass ihr einfach mal seht, ich kann auch Werbung für andere machen und das mache ich sehr gern, weil die Kanäle, die ich abonniert habe, dahinter stehe ich. Und, ähm, die sind sehr gut, die machen sich wirklich sehr viel Mühe und, ähm, die Mühe muss man belohnen. Und deswegen eine kleine Werbung von mir, für euch und für meine Kollegen. Okay, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass ich Schluss mache, äh, obwohl ich noch 100 Minuten weiterreden könnte oder wollte, aber ich mache jetzt hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann, ich denke, wenn ihr das Video gesehen habt, am Samstag in meiner Wappelstunde, denn da habe ich einen ganz interessanten Gast wieder. Hm, ich sage jetzt aber nicht, wer es ist. Nein, 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 nein. Nein, lasst euch überraschen und dann sehen wir uns in Battlefield 4 wieder in unserem Let's Bubblen und Datteln. Okay, ich bleib und bin euer Hatzl und ich sage noch, wie immer, gehabt euch wohl, wie später dann, ciao. Ciao.